und dann ist aber das war so was war das für eine runde und jetzt bin ich wieder komposter oh mann ich kenne komposter nicht so ich mache wie üblich hier mit gar nicht im poster die task hier die dauert lange wo ich eine weile für da kommen gar nicht bei einem nein macht die tür auf was machst du genau nicht gemeinsam ist doch so was hast was tust du das war auch blöd jetzt musste einen von uns gesehen haben es ist so das ist was ist das für eine runde hier und felix geht da rein oh nein was ist denn hier los so eine schlechte runde wir haben schon verkackt juli da haben wir wohl die übeltäter es müssten gami und zwergi oder zumindest einer nähe es müssen eigentlich beide sein wenn sie nicht wie und zwergi sind gerade da rausgelaufen und felix rein ja dann sollten wir ja wohl haben hier oder zwerge wer hast denn von euch sagt sagt du mal was dazu was ich ist was soll ich dazu noch sagen ja gut was soll ich dann auch zu geben ich kann mich nur selber wählen was war denn das was war denn das es ist doch ich kann ich kann sie wird auch sagen ich kann ich kann mich nur die ehrlichkeit selber ist das ist so schlecht da muss ich mich selbst wählen so wen worten wir mich bitte und mich bitte das ist also ich gestehe ich möchte ausgewählt werden das hat das hat es nicht verdient das weiter drinnen bleibe das ist alles nur so ein bisschen ich habe gerade 25 geschenkt bekommen deswegen muss ich dir erstmal vorlesen mein gott sagt vorher noch also nimmt zeige kann man trauen auch wenn ein poster ist auch mein gott das ist doch kurz über leichen wie das was denn erst als ob das waren wollen wir jetzt kann hier auswählen das ist eine mann office einschließen es ist jetzt wurde kam hier aus ich habe gedrückt okay das war jetzt hier letzte runde war schon wirklich nicht den reaktor anmachen wenn wenn ihr in specimen killt ich laufe da immerhin ich weiß das war so ein fehl das war so das ist und mir und gab mir die ganze die ganze zeit wir waren zu zweit unterwegs ich habe mir ich habe mir gedacht was zum geil das war das denn bitte für eine runde du bist du bist mit mir mitgelaufen die ganze zeit wir waren zu zweit unterwegs ich habe mir ich habe mir gedacht was zum geier warum laufen wir zu zweit das ist das kann doch nicht dann fliegt die geh raus wir starten neu was war denn das für eine lost runde das ist doch du kannst doch nicht du kannst doch nicht mit mir du kannst doch nicht mit mir gemeinsam laufen das ist doch die beiden imposter dürfen nicht gemeinsam umlaufen das ist doch nicht doch das ist doch zum tod schämen das kann das kann man doch nicht das kann man doch nicht nur streamen beziehungsweise eine aufnahme zeigen das ist doch auch das zum schämen nächste runde mit gar nicht gelaufen wieder zusammen ich bin natürlich nicht im poster diesmal das ist wahrscheinlich schon der nächste part aber nächste aufnahme ihr seht die nächste aufnahme ist nicht aber nächste part der letzte part der letzten post runde aber was waren die jetzt hier gerade wer hat denn hier lichter sabotiert skybreaker fenix und mentor standen da am ding ist ich glaube ich bin mir sicher dass die lichter sabotiert hat ich glaube wir haben einfach nur getrollt weil wir es alle richtig anmachen wollten weil es genau die reine folge gewesen hätte fixen musstest genau sonst hätte man ja was anderes noch ausgemacht aber ich wollte sky überhaupt nicht umtöten du wolltest du wolltest mir mit deiner knarre in rücken stecken das stimmt doch ich bin wieder gemeinsam mit gar nicht gelaufen also ich habe keine ahnung ich habe da keinen gesehen gerade eben von also ich kann gar nicht ich bin mit gar nicht gemeinsam gelaufen wir waren wir sind wieder wir sind wieder bffs gewesen werden wir durch die die gemeinsam durch die gegend gelaufen gerade von dropship bin ich runtergelaufen dann stand sich kurz eine sekunde und dann bin ich weitergelaufen und dann von unten in auto rein ab da den müll rausgebracht und bin dann an diesen baum gegangen und da lag dann schwarz am baum baum wenigstens noch fotos und so und wo kann der überhaupt felix und skybreaker dann kann er noch gut sein der war auch erst an der weather note das heißt der kann den kill jetzt nicht gemacht haben sie ich weiß an der weather note unter elektrik und da stand felix dann auch felix hat sich aber auch erst später dazu gestellt war anscheinend irgendwie doch nicht fertig ob er die task überhaupt gehabt hat und ist mir dann hinterher gelaufen ich bin vor ihm weggelaufen bin dann zum leitfix gegangen wollte damit fixen habe gesehen dass du im end aus der seite dachte mir jetzt kann er mich nicht töten aber der wollte mir safe irgendwie weiß nicht besser also leute das ist doch vollkommener bullshit ich habe kopfschmerzen du wotet doch jetzt nicht wegen dem sass nein wir wollten jetzt nicht bei 9 aber wie gesagt na sky und äffchen warte mal charlie ist bei o2 und ich äh skybreaker mentas und felix sind jetzt die einzigen die ich jetzt halt gesehen habe ich würde erst mal ich würde einfach etwas geben weil es ist dass einer tot weil wenn jetzt schon zu flippen das wäre ja schon blöd warum waren denn jetzt die anderen überhaupt ich habe nicht für dich gewohnt ich habe geflippt klar es gibt es auch und ich habe es auch schmerzt felix also du glaubst dass es äffchen und skybreaker sind ja also äffchen dass das selbst und das ist geündet ja siehst du danke mit das bitte dass mich nicht mehr allein okay m ähm left the voice Jetzt einfach mal den Voice Chat verlassen Ich bin jetzt einfach mal geläftet bei Lenny im Stream Ich bin aus Versehen bei Discoot geläftet Habe aufgelegt Warum nicht? Wenn mich jetzt jemand killt, dann ist das ja in Ordnung Gut, Download, ich mache einfach meinen Task jetzt zu Ende Ich höre dann die anderen auch nicht in der nächsten Runde Dann schreibe ich mal, dass sie mich hier reinholen sollen Das ist ja, einfach eine Lost Aktion von mir Das wäre geläftet Das wäre geläftet Das wäre geläftet Es ist heute schlimm Ich bin wieder hochgeholt worden In den Stream Sehr schön Office Und ein Speseman Ein K2 Ach komm Too Slow, Too Fast Jetzt geht mich bestimmt noch jemand beim Cardswipe Ach komm Cardswipe Das war klar Das war klar Der wird hier beim Cardswipe gekillt Ich stand zu lange dran Oh komm Oh komm Echt so Skillbreakers Proof Wir hätten mich jetzt getötet Erik auch Und Mentor auch Aber Erik auch Aber Ich bin grad im Auto Ja Ja Das ist gut Das ist äußerst gut Denn Erik geht nämlich bei der Elektrik Ähm Irgendwo dort in der Ecke Ich hab das Licht Ich hab das aufgrund des Lichts Das ist nichts gesehen Ein Zwergi Hatte ich euch den Zwergi zuerst gesehen Irgendwann von einer halben Stunde In Office Richtung Ich nehme an, dass der irgendwo mitte Links irgendwo liegt Äh Lenny, was hast du denn ein Speseman vorhin gemacht? Was war denn das für eine Aktion? Was 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 das von mir In Aktion war? Du stehst da rum wie so ein Geist Nackt Bei mir übrigens Und Ich bin der Komische Also Ich wollte mal sagen Lenny, lass dich da erst gar nicht drauf ein Als hättest du Der ist verrückt auf mich erwartet Ja Ich erwarte Lenny, Lenny Ich bin durchs Festland gelaufen Ich hab meine Äh Ich hab meine Manifold Task gemacht Ähm Dann waren nur noch irgendwie Felix und Gami war dann immer noch Skybreaker Und Mentors kam ja dann oben noch irgendwo entgegen Da hab ich noch ein Noch ein Ding zu Ende gemacht Und dann ja Wann war es? Ich bin nicht verrückt Am Anfang der Runde irgendwie Ich dachte Ich dachte tatsächlich Dass Lenny irgendwann Drauf anspricht Dass ich die ganze Zeit gegen Wände laufe Ey Skybreaker Der war doch Der war doch Als wir den Speseman waren War doch Felix auch wieder dort Wieso Wieso ist Felix Hä Ich wollte immer mal die Lage abchecken Alter Das ist immer noch Immer noch Gleich mal ne Lage Das Ding ist Ne Ladung Also vorhin Es war recht lange niemand tot Ich war vorhin immer mal an Lifelines Ich weiß absolut nicht mehr wann das war Aber da war noch niemand tot Kann auch sein, dass Erik und Zwergi halt Einfach zusammen da halt irgendwo liegen Äh Ja, aber wenn Felix halt in Outro ist Das ist ja schon mal Viel 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 Sagen Werner an Hätte ich jetzt Zeit hat ins Speseman Nackt zu stehen und auf Leute zu warten Dann hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich in Outro bin Du weißt ich sag immer irgendeinen anderen Quatsch Der irgendwo am anderen Ende der Map ist Nein Felix Felix Vielleicht hat der Imposter halt auch den Äh Erster nachgekillt Ich glaub das war Elfi Felix, warum bist du dann 10 Jahre ins Speseman Ich glaub das war Elfi Also entweder die lauter blau an irgendwas tun Das kann ich mich dran nennen und Lenny fahrs nicht Kannst du das mal erklären Felix Das muss Elfi gewesen sein Selbst wenn du dort diese diese komischen Artefakte Simon Says und das mit den Zählen unten download hast Selbst dann brauchst du nicht so lange in den In Speseman sein Hey, da stand auch einfach nur rum und Ich wollte nur mal gucken Ich wollte mich schon wieder anfassen Kommt ihr auf den Nackt? Ja mit dem Da weiß ich gar nichts Ich bin auch blöd Oh Ja, skip Bitte Lego Das ist ja hier ordentlich Ich rekapituliere gerade Ich rekapituliere gerade Also ich hab Jetzt fähig ich hier beim 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 Nein, Leute, warum denn? Felix, halt jetzt seine Schnauze. Du hast mir schon wieder die halbe Runde hinterher gelaufen. Und du hast mich sogar bei Licht ausgefunden. Also halt jetzt seine Schnauze. Das Komische ist halt einfach, dass ich meine, das Komische ist halt einfach, ich glaube, dass meine Mentors und Skybreaker nach links im Reaktor gegangen sind und ich halt die Einzige bin, die nach rechts gegangen ist. Mit Felix. Ja, Felix ist eben nämlich nicht. Ich bin es nicht. Das ist nicht meine Elfie gesehen zu haben. Ich bin es nicht. Ich gebe dir ein Bier aus oder so. Aber wirklich, ich bin es nicht. Das ist mir scheißegal, ich will dich hier weg haben. Oh Mann, es ist... Sky, du weißt, dass wir jetzt vielleicht den Impostern die Runde schenken. Ist mir scheißegal, das macht mir Angst. Also, 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 Moment mal. Ähm, Sky und Mentors kann ich diesmal wirklich ausschließen. Wir haben alle gehoutet. Also, ja, 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 trotzdem, trotzdem. Aber ich, damit Sky und Mentors Bescheid wissen, ihr beide seid safe. Elfnie und Äffchen, die sind, äh, das ist einer von denen. Oder beide. Da haben wir noch zwei Impostern drin. Stimmt. Ey, man, Sky hat nur ein Specimen. Sky hat nur ein Specimen, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Junge, ey. Dankeschön, Intbreaker und Mintos. Und Felix. Scheißegal, der Typ hat Angst gemacht. Hallo, wenn meine Ehefrau sich von Felix Bedestik fühlt, müssen wir ihn rausfoten, ganz einfach. Ach so. Und Elfie und Äffchen natürlich. Elf, du kriegst das Impostern, das ist geschützend. Sch, sch. Och, Gott, Leute, das ist doch hier. Ich hab meine Pass fertig. Ab Runde 1, oder? Was war denn das denn jetzt für die letzten... Einmal, dass ich da irgendwie ein bisschen random rumgelaufen bin. Das waren doch die dümmsten drei Runden, die ich jetzt hier mitmacht habe. Das ist doch, äh, gewesen, dass ich halt, äh, Lenny gerade am rechten Reaktor getötet habe und ich übelst die Panik bekomme, aber auf einmal kommt mir dann Elfie-Chan entgegen und ich dachte so, das wäre ein anderer, ey. Das war nicht mal witzig. Lost is fuck. Meine Frau, so. Das war's so, äh. Bis zum nächsten Mal.